In diesem Video geht es um die besten Babyphones. Der Qualitätssieger in unserem Babyphone-Test geht an das SYOSIN Babyphone. Neues Modell des drahtlosen Babyphones, das mit 3,2 Zoll Farb-TFT LCD-Bildschirm und ausgezeichneter Qualität ausgestattet ist, eine ideale Wahl als Geschenk für frisch gebackene Eltern. 750 mAh wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku. VOX-Modus schaltet das Display automatisch in den Schlafmodus, um Akkuleistung zu sparen. Die Unit reaktiviert sich automatisch, sobald sie im Kinderzimmer ein Geräusch ausmacht, besonders wenn das Baby weint, wird das Display von dunkel auf hell wechseln. Wenn das Licht im Babyraum erlischt, startet die Nachtsichtfunktion automatisch. Mit hochauflösendem LCD-Video-Bildschirm und deutlich Infrarot-Nachtsicht können Sie am Nacht Ihr Baby jederzeit sehen, ohne Ihr Baby zu stören. In der Krippe helfen aufgenommene Leader Eltern, Ihr Baby zu beruhigen und Ihre Träume wahr werden zu lassen. Zuverlässige 2.4 GHz FHS-Wireless-Technologie, so dass die Informationen Ihres Babys nicht durchgesickert werden. Temperatursensor an der Kamera können Sie jederzeit den Temperatur des Babyraums überwachen und das Baby bequemer halten. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Philips Event SCD-503. Das Audio Baby von SCD-503 von Philips Event bietet eine private und störungsfreie Verbindung dank sicherer Deck-Technologie. Mit dem Eco-Modus für minimale Übertragung sparen Sie Energie. Dank einer Betriebszeit von bis zu 24 Stunden, sind Sie Ihrem Baby immer ganz nah. Die Reichweite beträgt in Innenräumen bis zu 50 Meter und im Außenbereich bis zu 300 Meter. Die Reichweite kann aufgrund externer Faktoren variieren. Das Nachtlicht wiegt Ihr Baby sanft in den Schlaf. Mit Geräuschbegel, Verbindung und Batteriestandsanzeige. Das Philips Event Babyphone funktioniert bei einem Stromausfall nur dann, wenn geladene Batterien in die Babyeinheit eingesetzt sind und die Elterneinheit ausreichend aufgeladen ist. Denken Sie daran, die Babyeinheit nach einem Stromausfall durch Drücken der Ein-Ausschalt-Taste neu zu starten. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Babyphone-Test ist das Reha 50.070 Babyphone. Sie können nicht ununterbrochen bei Ihrem schlafenden Baby sitzen und möchten dennoch jederzeit mitbekommen, wenn Ihr Baby aufwacht oder unruhig wird? Mit dem Rigi Digital Babyphone bleiben Sie im permanenten Kontakt zu Ihrem Kind und sind zu jeder Zeit bestens über sein Befinden informiert. Das hochempfindliche Mikrofon empfängt selbst sehr leise Geräusche. Jedoch kann die Mikrofonempfindlichkeit an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Das Rigi Digital Babyphone wacht mit einer optimal aufeinander abgestimmten Kombination aus Baby- und Elterneinheit über das schlafende Kind. Sie können die Elterneinheit mit Batterien unabhängig von einer stationären Stromquelle betreiben. Mit einer Reichweite von bis zu 300 Metern bietet das Rigi Digital genügend Bewegungsfreiheit in Haus und Garten. Häufig hilft schon der vertraute Klang Ihrer Stimme, um Ihr Baby zu beruhigen. Dank der Gegensprechfunktion der Elterneinheit des Rigi Digital können Sie direkt zu Ihrem Baby sprechen. Die Status LED über dem Ein-Aus-Schalter zeigt Ihnen schnell den Zustand der Elterneinheit an. Leuchtet sie grün, besteht eine störungsfreie Verbindung zur Baby-Einheit. Falls Dir das Video gefallen hat, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen. Das Video gefallen hat, würde ich Ihnen gerne sehen.